Was war jetzt laut? Auf meinem linken, äh rechten Ort. Sind welche bei dir? Da hat einen rumstrahlen gehört. Boah jetzt kann der wieder nicht schlagen weil er keine Ausdauer hat. Habt ihr das mal mit Schnitzel und Keks gespült oder? Mein Wagen! Ne das ist ja gar nicht mal mein Wagen. Das sind zwei Viecher bei mir. Drei Viecher! Drei Viecher! Drei Viecher! Drei Viecher! Wie einfach so? Du musst einfach nur ausspielen. Wie denn? Wenn die auf die Zurenne, sodass sie auf dich angesprungen kommen, musst du einfach auf die Seite reichen. Du kannst zusammengreifen wenn es hier rein. Du musst immer um die herumspielen. Was ist denn jetzt rennen? Die weg? Ja die ist noch eine. Wo? Warum haben die Angst wenn wir auf die zurennen? Wenn die dann im Nachtfall sind. Wo ist der Karte? 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 Egal. Schön ist wenn du das erste Mal Mutanten siehst. Hallo ich bin hier grad am Farmen! Es juckt auf die nicht. Aber wenn ich was in der Hand hab dann rennt sie weg. Wenn ich dann die Loks in der Hand hab dann... WTF? Schnitzel möchte ich auch noch mitmachen. Ich hab den ja auch gefragt. Was wollt ihr jetzt nicht? Egal. Was hat der denn in Amsterdam gemacht? Ausflug. Oder so. Wer geht denn freiwillig nach? Ich würd auch nach Amsterdam gehen. Nach Drogen City. Was weiß ich warum er da war. Na Spaß. Na Spaß. Na Spaß. Na. 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 Drogen City. Eind dei von Daniela. Da gibt's damit voll. Oder nur Drogen Land. Wie, wie disney Land oder Legoland Name. Oder nur Drogen Land? Naa martian! Alter, dieses Gehobbel geht ja einem, Alter. Wie kann man ein Spiel so fixen, dass das Ding Probleme gibt? Nee, wo wir letztes Mal aufgenommen haben, hat das keinerlei Probleme gehabt. Was ist denn jetzt hier so ein Vieh? Das ist direkt neben mir! Das kann doch nicht einfach so spawnen! Ich wüsste, wie das funktioniert. Leute, das ist nochmal eins! Hört es einmal auf zu schlagen? Nein! Alter, bis die Axt mal zwischen Blocken und... Da steht es halt hier die ganze Zeit im Block! Das Ding hört nicht auf zu schlagen! Patti, was man das macht, oder? Wie denn? Das Vieh hört nicht auf zu schlagen! Da kann es gar nicht angreifen! So, das ist das Ding, das Ding! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! Ah! Oh! Ihr seid bei uns in der Maus da drin! Ist da drin? Das ist kein Ding! Ja, jetzt ist es da drin. Jetzt lass mich den Lockwagen da holen und fertig, Alter. Meine Fresse. Das Ding hau dich, weißt du, die Viecher hauen dich einmal, du hast all das Leben weg. Ich mach mal wieder Dance-Boost. Ich hab grad die Arme, ich hab grad die Arme packt, die wieder keine Arme mehr sind. Was soll man jetzt als erstes machen, das andere Haus, oder? Also anderes Haus. Wo ist immer die Feuerstelle? Äh, das ist eine Feuer, das ist weg. Ja, ich glaub, wenn du es eine Zeit lang nicht mehr anmachst, oder? Das richtige Feuer weg oder das falsche? Das richtige Feuer ist weg. Das falsche ist halt eben noch da. Was? Okay. Hier hab grad'n Vogel drin. Ähm. Äh, wie lege ich einen Menschen da drauf? Ich geh draufschmeißen. Ähm. Gut. Ähm. Die Möwe steht da jetzt drauf, auf den Leichen, und brennt nicht. Verdammt. Verdammt. Ähm. Guck dir mal bitte ganz kurz an, wie das Viech da steht. Mir ist doch kein Viech. Hä, das ist die zweite Leiche? Ja, aber mir ist aber kein Vogel drauf. Nein, 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 die zweite Leiche meine. Ich geh mir jetzt mal drauf. Ach so. Okay. Okay. Wir brauchen jetzt hier noch für das Bett. Da, 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 da. 15 Sticks. Du brauchst keine. Wir brauchen Kaninchenlede. Boah. Lass uns mal schlafen gehen, komm. Oh, ich will den Toten, cool. Ah, das ist nicht mehr. Ich hab keine Rüstungen mehr. Ja, da musst du. Was ist denn dazu? Ich hab keine Rüstungen gemacht. So, jetzt komm. Diese scheiß Viecher, Alter. Jetzt, sofort, schnell. Jeeeeeetzt. Nein, 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 nein. So. Ich würde mal roten lassen. suas doen. Kommen jetzt. wag an, Schlams. Ach so. Parcej Ich muss das Gerste runter wenden. nicht mit dieser Anstrengung warum und die Zelt mal was sagen müssen bis sie nicht mehr gaußt rutsch ich war da oben gerade am Essen ja trotzdem war ich gerade am Essen kann er halt nicht der hat dann gibt es ein Wagen das war die Spiele da gibt es ob die Ziermloch von der Bühne noch mehr und weiter Alltag wenn du den wenn du den verfickten Baum aufnehmen willst aber wenn der Stein da ist ja ich hänge in Felsensteine fünf Kilometer weg feuer ist genau an der selben Stelle Hallo ich würde gerne diesen Kackbusch fällen mit meiner Kacki 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 Prozent Prozent die Schauspieler das ist die das Todeszeichen bis die Klippe gesprungen Prozent durch den Regen was vielleicht ein bisschen rutschig Prozent und wie viel zu uns in der Welt Prozent Mikrofon Farbe aber auch auf der Korte das ist schon wichtig ist der Grund der Koppel ein Spielzeichen wieder bevor ist und dann muss er nur heute leider warten ich versuche gerade seine z21 ins spiel zu bringen was ist das von steuergerät zum modell eisenbahn und das willst du ins spiel einbring er will ich mag es nur in welches spiel wenn sportfieber hallo warum das ist frag ihn Du brauchst eine Einladung, denke ich mal. Ich wollte gerade sowieso eine Pause machen. Ja, das Intro kann ich übersprechen, ich weiß, dass ich abstürze. Also Fabi, so viel brauchst du eigentlich gar nicht mehr kommen. Wann musst du gehen, Paddy? 5 bis 10 Minuten. Sagst halt vor Bescheid. Ich geh einfach. Okay. Muss die Scheißhase schon wieder hin? Iko nicht dabei. Nöööö. Was ist meine grünen Lager? Was ist meine grünen Lager? Ach so. Ohr, ich geh einfach nach links zu können, wir drin. Ohr, ich geh mal gar nicht mehr drank直 auf microまぁ-flirtze. Ich bin ein Genie. Schon tot? Nein. Oh, schnottel. Tot. Nein, noch newig. Du bist so am Sterne. Fabi? Ha? Ich kann leider kein ETS-Multiplier mehr spielen. Was ist gemacht? Du bist ein Blicke. Ach nein. Auch Pech. Weiß nicht. ...und er ist schon standardmäßig gefahren. Und hat es dir immer wiederum schwer sein. Es wird über ein Bildmaterial aufgenommen. Und die sich dann einen Administrator geschickt. Hä? Du bist gewann? Na, ja. Auf gut Deutsch. wahrscheinlich hat man noch sein eigenes Material genutzt nein, nein, schon von dem, wo das eingeschickt wurde aufgenommen kommt wie schlimm bist du dann die Gefahren? das ist so wie immer fährt was soll das nicht sein? nein, 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 nein dann bist du nie mit mir und Juli gefahren so wie ich will kann es nicht sein doch, doch wir fahren auf der Autobahn Kreuz und Meer Herr Wesse gegen Fahrbahn ja, machen wir auch wir haben auch andere Leute, wenn wir Bock drauf haben wir blocken diese Standort bei mir also, wenn die Leute mich überholen und dann mein hier gerade auf der CD-Strecke versuchen mich zu überholen dann dränge ich die halt in Gegenverkehr rein das sind wir dann gar ja, wir sind noch das auf der Bundesstraße fahren wir nebeneinander wenn jemand kommt, dann aber schon zu der Ausweichen die wir fahren wir fahren ja Pfff Nun, was wir auch schon etwas gemacht haben ausfahrtspringen so zu sagen wir fahren die eine ausfahrt runter und lagen wieder hoch und schauen wer am weitesten fliegt Was? Das haben wir nie gemacht. Wir sind einfach nur hoch und runter gefahren. Ja. Was macht ihr? Nein, nein. Hallo. Du hast ne Mütze auf. Ja, du bist ein Inder. Oh nein. Euer Haus ist aber klein. Du spielst sicher schon? Eine Stunde. Zwei. Warum funktioniert das bei euch hier? Das Ding. Was ist das Ding? Was ist das hier? Wenn Nico und mir crash down das Game, wenn wir das platzieren. Fabi, ich hab dich angeschrieben. Was ist jetzt schon wieder? Du hast Fabi geschrieben. Alter. Ja. Ich hab aber auch in die Gruppe reingeschrieben. Und da hast du nicht die Antwort gehabt. Ja, weil ich mein Handy heute nicht dabei hatte. Doch, weil... Hä? Nico hat doch geschrieben... Nico labert im Scheiß. Mein Handy lag seit heute Morgen um 8 bei mir in meinem Zimmer. Hä? Nico hat mir geschrieben? Ich hab's gelesen. In dem Moment... Ich dachte, das ist bei mir nur etwas spät angekommen, dass das heute Morgen um 8 oder so war. Also meine letzte Nachricht an Nico ging heute Morgen um 7.20 Uhr. Ja. Na gut, aber ich denk, Patty... Ja. Muss jetzt weg. Nico hat jetzt schon den zweiten Anruf an mich verpasst. Eine war ein Videos-Anrufs, andere war ein normaler Anruf über WhatsApp. Wollen wir nochmal schnell speichern? Oder... Ja. Lauf zum Zelt schonmal. Ich schau, dass ich einen Kackhasen dahin bekomme. Der wär noch ganz geil, aber ich krieg ihn nicht. Scheiße. Ach, kurz mal... Nein, Fabi, nicht kaputt... Nicht kaputt machen. Den Vogel hab ich gerade nur, äh... Abgeworfen. Ich hab dacht, du machst... Ne, verbrennen. Für Knochen. Wo ist eigentlich unser Lagerfeuer hin? Auch schon wieder weg, keine Ahnung. Oh, beide weg?! Warte... Oh, dann können wir den Wind jetzt in festes Platz ziehen. Macht's doch ne Feuerspelle im Haus. Also, komm her, Juli. Juli, komm her. Speichern. Fabi, 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 Fabi... Speichern. Mach ich doch grad schon. Also stünde, ich hab da oben ja so ein kleines Zelt hergestellt. Scheiße, warum lauf ich dann eigentlich runter? Mir was schneller geht. Na, dann lauf ich wieder runter. Ne! Gesundheit. Nico und ich sind inzwischen dran, ein zweistöckiges Haus zu bauen. Ja, machen wir auch grad. Zweistöckiges Haus besteht... ...zum einen aus nem Hasenkäfig. Alter, dieser Block hier ist so unnötig. Hast du gespeichert, Juli? Ich muss als... Ich muss als letztes speichern. Ja, du hast speichert als letztes. Ja, hab ich. Welcher Block ist unnötig? Der hier oder der kleine? Nein, der hier. Wieso hab's dann überhaupt angefangen zu bauen? Den, der kleine da. Ach so. Warte, 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 warte. Fuck, was machst du? Ich hau grad, ich mach grad nix. Wenn du es richtig platzierst, könnte es sein, dass... ...du sogar nur diesen einen Block abbauen kannst. Fabi macht nichts kaputt. Ne. Wie kann man eigentlich, äh, die Türen locken? Ah, mit E. Ah, okay. Was, sobald du ein zweiter Stock hast, teilweise relativ blöd ist. Gut, also. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sein. Ach, Nico schaut zu. Ach. Was? Er hat grad geschrieben, er schaut seit zwei Minuten, äh, zu. Und zu der letzten Nachricht, irgendwas, guck mal. Wie soll er zuschauen? Meine Nachricht kam grad, äh, kam um 12 Uhr 54 bei ihm an. Ja gut. Achso. Und wie soll er zuschauen? Scheißegal. Er sagt grad hier, ähm, sag mal nix, hör grad seit zwei Minuten zu. Und zu der letzten Nachricht... Achso, achso, er hört zu. Nico, du Bastard. Komm mal auf den Tisch. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.